Ja! Soll ich auch mal? Ja, das Problem ist lieber nur einer, weil sonst, wenn du nämlich, wenn du nämlich gleich Schaden nimmst, kann ich, also bekomme, kann ich dich nicht heilen, weil ich mich heilen muss. Okay. You know what I mean. Hörst du da? Ich würde, glaube ich, machen, ja. Aber ich speichere vorher, warte. Ich habe Angst. Ich gebe dir mal ein paar, ne Muscheln hast du selber. Also, eine Muschel bringt Wasserresistenz, die andere, also du hast mir einen Krug Wein gegeben. Käse und Getreide brauche ich dir, glaube ich, nicht geben, oder? Ach, der Blaupilz. Okay, ich weiß nicht, was... Ich habe mir ein Fliegenpilz gegeben. Okay, danke. Okay, ich bin krank geworden. Das, irgendwas habe ich schon geahnt. Ähm. Na, verfaulte Eier hast du ja auch gegessen. Ja, genau. Bewusst. Oh, die Scholle gibt einmal Intelligenz und Minus 1 Schnelligkeit. Genau das gleiche, der Kaulbarsch. Ein Fliegenpilz. Du wolltest mich umbringen, ne? Also, man merkt schon, was man für coole Sachen bekommt. Ich gebe dir gerade noch ein bisschen was rübergeschoben. Oh, du hast noch ein scharfes Kampfmesser. Ne, das ist mein scharfes Kampfmesser. Gewandtheit nicht hoch genug, weil... Ah, durch Käse ist es runtergegangen. Also Käse macht weniger Gewandtheit. Okay, gut zu wissen. Milch habe ich dir noch gegeben gerade. Oh. Heilung. Oh, nice. Okay, also so ein paar Sachen habe ich schon probiert. Alkohol habe ich jetzt erstmal nicht probiert. Hast du Muscheln und so weiter? Ja, aber nur die, die du schon aufgedeckt hast. Achso, okay, gut. Wenn du irgendwas nicht brauchst, das kannst du alles verkaufen. Ich habe dir gerade eine Weinflasche gegeben. Soll ich die probieren? Ja, oder eine Leere oder so. Weißt du, wie die Leere ist. Guck mal. Ja, ich verkaufe erstmal die Muscheln, weil ich weiß nicht, ob wir Wasserresistenz gerade brauchen. Die Muscheln findet man doch ein paar mehr. Wer hat die dunklen Zauber? Okay, sie hat Bogensacken? Ein Splitterfall. Karma, das überlebt. Erste Hilfe. Okay, gut. Mit Fallen kannst du auch Erste Hilfe lernen. Er hat einen coolen Ring, ne? Okay. Ein bisschen frisch. Den kommt doch, das behalte ich aber mal. Yes. Ähm. Ich kann ihn wieder aufnehmen. Ähm, ich wollte nochmal zur Schmiede wahrscheinlich. Also, wenn du dort eine Schmiede haben, dann... Komm mal. Hauptquartier, Hauptquartier. Oh Gott, oh Gott. Erstmal vorbereiten für die Kriege. Weil dieser Regenerierungszauber ist gerade so ein... Gerade auch, also außerhalb des Kampfes so wichtig. Ich laufe gerade hoch nochmal zu dieser Kaserne da. Und ich gucke mal, ob es dort einen Schmied gibt. Oh, cruel Furt. Sorry, Sir. Mhm. You think that's funny, Privates? Mhm. Sir, no, Sir. You don't think it's in fact a deal? Come on now, I pulled her off you before she could do any real damage. Mhm, Legionär? Ähm, bist du bei der Schmiede? Ich weiß nicht, ob ich hier eine Schmiede finde. Wovor hast du denn deine Rüstung gekauft? Bei der, ähm, Heilerin. Bei der Zauberin? Äh, bei der Zauberin. Bei der Heilerin, ja, bei der Zauberin. Ich bin jetzt relativ... ...weit im Norden. Hm. Achso, ich kann mir gerade eh nichts leisten. Alles gut. Ja, ich halt auch nicht. Aber ich würde mir gerne die Hexenzauber mal angucken. Aber das sehe ich von hier aus nicht, ne? Es gibt noch Esmeralda. Ähm, siehst du die? Die ist fast bei dir in der Nähe. Hallo? Du bist mit mir? Genau, M. Du bist viel näher dran. Ja, genau. Ich habe gedacht, wir treffen uns dort. Und reden mal mit ihr. Ja, ich komme. Weil dann müssen wir noch zum Tatort und bla und blablabla. Da ist so viel zu tun. Nein! Was machst du? Ich wurde von irgendeinem Typen angesprochen. Ich komme. Bleib einfach kurz stehen. Sorry. Ja, alles gut. Du kannst machen. Ich höre dich trotzdem. Über die Entfernung. Du kannst weitermachen, ne? Ah ja, okay, gut. Ich mag Schleiner nicht. Und wer seid ihr bitte? Ja. Ja. Mhm. Aufsehen. Was diese ganz tolle Mega-Gelegenheit angeht, von der du da gerade geredet hast. Oh, das ist nicht nur eine Möglichkeit. Es ist eine once-in-a-lose-lose-Chance, um besser zu werden. Um den vollen Ausstattung der Wunschung, die in jedem und jeder von uns lockt ist. So, first of all, let me ask you this question. Do you like adventure? Klingt wie meine Twitter-Timeline. Adventure? Ähm. Ja, aber natürlich. Wie könnte jemand mit meinem Beruf anders darüber denken? See, here. You and I share the same passion. I never doubted it for a moment. The thrill of walking the unbeaten path. The rush of finding yourself in a goblin ambush. Knowing you'll prevail nonetheless. Hmm. Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? Erinnert mich jetzt gerade, dann tritt dieser Gruppe bei. Reichtum interessiert mich jetzt eigentlich nicht besonders. In your heart of hearts, your eyes water with joy, when you discover yet another treasure during your travels. Du hast vollkommen recht. Matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter, must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those orders. Investigate this, retrieve that. And at the end of the day, what you have to show for it. Wouldn't you prefer to call your own shots? Be your own boss? Ja, siehste. Das wär doch das Beste, oder? Ja, also lieber führen als folgen. Das ist jetzt schon wahr. Das klingt wirklich wie meine Twitter-Tarmline. Ja, wir sollen wirklich beitreten. Ja, erzähl mir mal mehr über die fantastischen Fünf. Ja, wir buchen jetzt ein Seminar bei ihm. Ja, bitte. Er ist unser Guru. Bitte. Ich fühl ihn schon. Ich fühl ihn schon. Äh. Und du kannst. Natürlich. Wenn du noch Fragen hast, werde ich sie zu den besten von meinen Fähigkeiten antworten. Aber wenn nicht, dann können wir beginnen. Was machen die Fünf? Ja, genau. Was machen die Mitglieder der fantastischen, äh, fabulous vor eigentlich so? Falsch. Ich habe eine Frage. Straight as an arrow. Schau. Schwach. Die meisten meritorisch. Wer? Rede dich raus, ohne es zu sagen, dass du dich rausredest, ne? Genau, genau. Oh Gott. Das muss man immer so machen, wenn man irgendwie so eine ganz kritische Frage gestellt bekommt. Also, diese Frage war richtig gut. Das hat richtig wehgetan. Also, mein größter Respekt. So, hä? Ja, genau. Schau, die eigentlich klingeln. Ich sage nicht. Dieser Intellekt, der hinter dieser Frage steht, äh, ich beantworte sie mal. Meine Güte. Ja. Okay. Okay. Now, to join the fabulous five is to join a fellowship. To join a fraternity, a sorority, a community. The title of Knight is bestowed upon you the moment you sign our waiver and so it all begins. I shall be the one to give you your first contracts. And once the job is done, I shall see to it, you get your fair share of the reward. Warte mal, der hat uns vor drei Minuten gesagt, dass wir führen dürfen, statt zu folgen. Und jetzt sagt er, dann wird er uns unsere erste Aufgabe geben. Ich sag dir, das wird ein Schneeballsystem. Ich sag dir, das wird ein Schneeballsystem. Wir werden die Aufgabe dann wieder weitergeben. Of course. So, should you spread the word, should you propagate the gospel of the fabulous five and if you buy it and buy it into our fellowship, you will get a share of the reward from their contracts too. Isn't that wonderful? Die haben echt ein Schneeballsystem eingebaut. Wie gut ist das denn? Also wir müssen andere rekrutieren, damit sie wieder für uns rekrutieren, damit wir das Geld bekommen. Ja. Ja. Vollkommen richtig. Also der preist das echt an wie saugere Milch. Ganz ehrlich, wenn ich es am Anfang gemocht hätte, wäre ich jetzt ultra vorsichtig. Ja. Vollkommen richtig. Wollen wir uns einschreiben? Ähm, ich weiß nicht. Für die Story? Willst du dich einschreiben? Fürs Let's Play. Ja, genau. Okay, dann mach das. Nee, ich lass dich das dann machen. Lass uns das Thema wechseln, du darfst das tun. Ja, gut, mach ich. Aber dann darfst du auch den Rest. Bis hier ist noch eine zweite Frage, das darfst du dann auch durchsprechen mit ihm. Okay. Ähm, Moment, ich muss noch den Weg zu dir laufen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab gar nicht gesehen, dass da jemand steht. Ich hatte meine Kamera nicht gedreht und mit dem einfach in die Arme gelaufen. Unabsichtlicherweise. Ich hab's ja mitbekommen. Musst du immer sagen, wenn du angesprochen wirst. Ja, klar. Ja, der da. Ja, hab ich gesehen. Ah, du hast zurück und folgst mich mit deiner Präsenz. Such a pleasure. May honor. Oh Gott. Ähm, erzählt mir mehr über die fantastischen Föden. Das haben wir schon gehört, ne? Ja. Ja, ja. Ich möchte mich einschreiben. Of course, of course, of course. First, let's play. All you need to do is sign this waiver and just make that snack. You're part of the family. All I need is nothing to autograph. Oh, man. Oh, man. Da schreibst du im Blut, das weißt du. Oh, ich hab Angst. Ah, wir können noch ausdiskutieren. Oh, Gott. In eine Gilde eintreten, die Welt für wirst du jede Menge Gold verdienen. Ja, ich weiß nicht. Das klingt halt so fishy. Also ganz ehrlich. Das ist fishy hoch 10. Oh, ich würd's aber, ich, ich, in eine Gilde eintreten, die Welt für wirst du jede Menge Geld verdienen. Ja, ich bin dabei. Das ist doch immer ein Einsatz, das ist egal. Tür richte Intrige herein. Seid ihr naiv? Ich auch. Mögen all die Reichtümer der Welt unser sein. Nein, das hast du nicht gedrückt. Ich wette, bringe 10 Drachen um. Nein, viel besser. Wir haben die drei, wir haben die drei Matrosen. Am Pier. Die können wir einspannen. Oh ja, stimmt. Ich hab ein paar Seeleute getroffen, die auf der Suche nach Arbeit waren. Vielleicht könnten sie ja an der Gefolgsaufwand drehen. Ich nehm das Geld gerne, also, ne, also, und was meine Aufgabe betrifft. Das ist ein ziemlich guter Punkt, das ist eine Frage. Oh ja. 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 Macht ihr euch keine Sorgen über die Untoten, die hier rumstreuen? Vielleicht ist das was wie die fantastischen Fünf? Diese Sprüche! Ey, von wann ist dieses Spiel denn? Weiß ich nicht. Diese Sprüche? Ja, aber ich glaube wir sind dann durch mit ihm, oder? Ich bin ja mal weg. Wollen wir die drei vom Pier holen? Ja klar. Ich hab gehört, die sind arbeitslos. Auf? Ihr Arme. Ja. Wo waren die denn da? Ich wette. Ja.